Ah, jetzt dreht es. Ich hab das zwar vorhin noch nicht gesehen, aber es dreht jetzt. Was ist das denn hier? Irgendwann hätte ich auch noch meine Dinge brauchen. Diese Kurbel, die ich... Ist das eine Kurbel? Eine Kurbel für eine Maschine. Die Frage ist mal, wo ist diese Maschine? Und was muss ich hier machen? Ich glaube, ich hab hier schon was gemacht. Ich komm hier nicht mehr raus... Ah. Was? Ah. Das hab ich ja das hier. Okay. Gut, ich glaube, hier drin war's das. Mal. Denk ich mal. Aua. Denn der Zweck... Ich meine, der Zweck ist inneren Heiligtumsfall. Immer gewesen, die Kugel zu studieren und die Möglichkeit zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Es war dies allerdings noch nicht bewusst. Ganz meiner Meinung. Da muss ich doch hier etwas machen. Heiligtes... What? Yeah. Bitch. Die feste Hand des Barons hielt ihn jedoch zurück. Ich zitiere. Oh, jetzt brennt mein Hals. Ja. Ob das jetzt so weh, tut er nur von da herunter. Hopp, 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 hopp. Und da finde ich. Was ist denn für... Oh, komm. Na, ich hab Steam wieder mal hergestellt. Egal. Ja, ich weiß, dass du jetzt online bist, aber ich mach's jetzt gerade kurz. Alle Freunde, alle Freunde. Offline. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Ja. Einmal springen, zweimal springen, dreimal springen. Einmal springen. Oh, hopp. Zweimal springen, dreimal springen. Und ich bin da. Ja, also. Aber was hat mir diese Umleitung jetzt verbracht? Das würde ich mal gerne wissen. Na, ich hab noch einmal. Das riskiere ich nicht. Ah, hier geht's noch lang. Das wusste ich natürlich. So. So, jetzt ein schönes paar Fußgänger macht. Und dann drehst du hier dann ein bisschen am Rad. So. Komm da, Schnauze. Voll. Hier. Warte, was ist das? Kanalisation um Leiter. Ah, sehr schön. Damit hab ich das Master beschworen. Okay. Gut. Sehr schön. Das war... Alles, was ich wissen. Und jetzt kommt es sicher. Nicht wahr? Ich renne jetzt einfach mal. Diese Kiste wird jetzt mit Wasser gefüllt. Das heißt... Meiner Meinung nach... Ah, warte mal. Hat es nicht geheißen, ich sollte... ...die Brücke runterlassen, sobald... Ah, sobald einfach was Zeug hier. Es ist eine Rastgeketter. Ja, dann nehme ich mal kurz meinen Pfeil und Bogen... ...und knall das ab. Komm schon. Bäh. Äh. Eine rastige Kette. Ja, was kann ich denn da machen? Wahrscheinlich... Ah. Hier lagen doch lieber Steine. Hm. 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 Manchmal bin ich von meiner Intelligenz selbst überwältigt. So. Das ist noch mal. Und jetzt kommt das Monster. Nicht wahr? Hm. Hm. Weil ich... ...habe nämlich mit mir ein Licht. Das passt doch perfekt. Ach, verdammt nochmal. Ich habe eine Zünderwüchse. Ich habe kein Licht. So, jetzt guckt euch das an. Psch. Das ist gut. Jetzt darf ich natürlich zurück. Wup, wup. I am the king of this motherfucking game. So. Hopp. Und dann spreng ich. Denn das tut mir natürlich nicht mehr weh. Denn jetzt soll da hinten nämlich alles frei sein. Ha. Och. Oh. Ach du Sch... Ein Fauler. Ja, ja, ja. Was ist denn jetzt los? Ich meine, er meint das. Ich finde einen Impfstoff um die ganze Zunge. Hey. Wie zur Hölle soll ich das machen? Ist die Tür hier aufgegangen? Hm. Ich meine, das ist der... Natürlich nicht. Ich finde einen Impfstoff. Und wo bitte schon? Oder ich... Ich darf jetzt... Hier kriegen. Ah, warte mal. Was das Öl so kann, das kann ich auch. Doch, komm schon. Hopp. Es muss nicht noch einmal nachgefüllt werden. Natürlich nicht. Wenn das oben klemmt und da brauche ich kein Öl, dann muss ich wieder... Genau, oder? Ähm... Tanzapfen oder so etwas holen. Ein Impfstoff. Den finde ich wahrscheinlich auch mehr. In der Zisterne. Er wartet, bis sich sein Auge an die Dunkelheit gewohnt haben. Aber es zeichnet sich weder Form nach Kulturen ab. Immerhin eine Fackel brennt. Die Box ist gefüllt. Ich kann sie doch anfassen. Hopp. Die Stimme ist nicht mehr zu hören. Was für eine Stimme. Ah, warte mal. Warte, wo freie ich die doch? Hm. Komisch. Ich will meine Laterne zurück. Ach so. Mein Öl. Meine Nase jock. Ich muss mich jetzt nur über alles genießen. Ach, das ist so. Nein, das ist so. Dämliche Idee. Okay. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier sowieso. Die Pause ist jetzt nur so lange eine Stunde, die ich jetzt hier wieder aufgenommen habe. In diesem so schönen Spiel. Okay. Ah, warte mal. Gut. Gut. Ja, hier hinten ist noch welches. Tja. Und hier, und hier, und hier. Wenn ich gewagt, dann ich gewinnt. Wenn ich gewinnt, dann ich gewagt. Mein Gans, was ist der? Der rote Flecker Schimpfettchen nennen wir schon wieder. Gut, dann würde ich mal sagen, mach mir das nächste Mal hier weiter. Das heißt, ich hatte dort die Sand mit mir. Oh yeah. Oh Mann, wo das schwul. Also, man sieht sich. Ciao. Ciao.